Gehe ich mir gerne mal rein. Hat Joyce mich auch zu gefragt. Machen wir mal ganz was, Leute. Let's go. Hallo Schule. Ich stehe jeden Morgen auf, wenn der Wecker klingelt. Bin raus, hab einen Ständer. ...zu dir zu kommen. Ich will aber eigentlich gar nicht. Und weißt du auch warum? Ich bin eine Eule. Mein Bio-Rhythmus funktioniert später besser. Um 8 Uhr morgens bin ich noch nicht aufnahmefähig. Deutsches Schulsystem. Wusstest du schon, dass es in anderen Ländern für Langenschläfer, also Eulentypen wie mich, und Frühaufsteher, also Lärchentypen, unterschiedliche Schulsysteme gibt? Was ist ein Unterschied zwischen Lärche und Eule? What the fuck? Die auf die Bedürfnisse des Bio-Rhythmus der Kinder angepasst sind? Hm, nee, ne? Okay, lassen wir die Uhrzeiten mal beiseite. Aber kann man sich hier wohlfühlen, in diesen kahlen, tristen Räumen, auf diesen unbequemen Stühlen? Aber na komm, Digga, dieser Klassenraum ist schon gesell, Digga. Bei uns gab's nicht mal Steckdosen, die Wand war bekritzelt, die Stühle wurden aufeinander gestapelt, und es wurde mit Stühlen auf die Stühle, die oben waren, und oben saß einer draufgeworfen. Jungs, Mädels, das ist ein top Klassenraum, keine Frage. Die schlecht für unseren Rücken sind? Macht es so, Spaß zu lernen? Nein, das tut es nicht. Es soll nicht schön und gemütlich sein? Warum denn nicht? Damit wir nicht gerne hier hinkommen? Oder damit wir schon mal auf das triste und ungesunde Büroleben vorbereitet sind? Ach übrigens, ich hab noch nie einen älteren, weisen Menschen sagen hören, gut, dass ich das damals in der Schule gelernt hab. Ihr etwa? Doch, also Prozentrechnung bin ich immer noch dankbar für. E-Funktion, wichtig bei mir im Alltag, wenn ich dann tatsächlich mit 280 in meinem Arm gehe, über die Straße fahre, Spielstraße wohlgemerkt, dann kann ich mir mit der E-Funktion ganz gut ausrechnen, ob ich das Kind, was vorne gerade über den Zehmer-Schreifen läuft, treffe oder nicht. Im Regelfall verrechne ich mich und treffe das Kind leider Gottes nicht. Aber warum? Was lernen wir da eigentlich? Die 37. Ableitung von irgendwas. Gedichtsanalyse. Aufgaben beim Gong abbrechen. Fehler machen ist nicht okay. Hierarchie denken. Nur weil der Lehrer immer recht hat? Weil er die Macht dazu hat, uns schlechte Noten zu geben, wenn er uns nicht so gerne macht? Ich schwöre es euch, Leute. Absolut belastend. Absolut belastend. Muss ich ganz ehrlich Joyce vollkommen recht geben. Lehrer, die einen wirklich komplett beschissen bewerten, weil sie einfach ein persönliches Problem mit dir haben und deine Leistung nicht anerkennen, kotze, Digga. Könnte ich kotzen. Es wäre so sinnvoll, wenn man als Schüler die Möglichkeit hätte, seinen Lehrer auch vernünftig rückzubewerten. Und wenn ein Lehrer dann unter einen gewissen Score fällt, dass der dann einfach entweder A gefeuert wird oder B hingerebt. Ich habe mir versprochen. Tut mir leid. Man bezeichnet das Lernen an staatlichen Unis und Schulen übrigens auch als Polymielernen. Weil man das Wissen vor der Prüfung in sich reinstopft, in der Prüfung wieder auskratzt und danach nie wiedererbracht. Aber warum sorgen die Schüler das Wissen aus dem Unterricht eigentlich nicht mit Spaß in sich auf? Weil es unnützes Wissen ist. Genau das! Sagen wir es mal so. Es ist doch wie mit allem, oder? Wenn man weiß, warum und den Sinn dahinter versteht, fällt es einem viel leichter, sich dafür zu interessieren. Aber bei unnötigen Dingen, die keinen Spaß machen, da entwickelt man doch leicht eine Abneigung, oder? Hm, da fällt mir ein. Sozialverhalten, gute Kommunikation und Beziehungen führen wäre doch ein sinnvolles Unterrichtsfach, oder nicht? Digga, haben wir nie gelernt. Es gab Kopfnoten. Die waren der letzte Rotz. Ich habe nie Scheiße gebaut in der Schule. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Und hatte immer schlechte Kopfnoten. What the fuck, Alter? Gerade wo doch die Schule der Ort ist, wo das meiste Mobbing stattfindet, könnte man dann nicht schon früh verhindern, dass diese Kinder, die zukünftigen Erwachsenen der Berufswelt, sich dann auch später besser verhalten und Mobbing dann auch im Job nicht mehr stattfindet? Ein besseres Miteinander, was alle Seiten weiterbringt, statt sich gegenseitig runterzuziehen. Und ganz zu schweigen vom Leistungsdruck, der auf den Kindern lastet. Ja, der bereitet uns vielleicht auf diese leistungsorientierte Gesellschaft und den ganzen Erwartungsdruck, der im Leben noch kommt, vor. Aber sonst werden wir nicht wirklich aufs Leben vorbereitet, oder? True, true. Ein veraltetes Schulsystem. Veraltete Lehrweisen. Oh, Digga, geile Metapher. Sie sagt veraltetes Schulsystem und was sehen wir? Diesen verfickten O-Welt-Projektor, der nie funktioniert hat. Arme Narkäumen, Digga. Wir leben in 2019 mittlerweile und in Schulen stehen immer noch O-Welt-Projektoren. Das ist so ein schönes Sinnbild für unser gottverdammt berotztes Schulsystem, Alter. Und apropos veraltet. Manche Schulen haben bereits das brandaktuelle Thema Social Media auf dem Schirm. Aber wisst ihr was? Lehrer fragen mich, was sie da unterrichten sollen, denn sie selbst haben keine Ahnung von dem Fach, das sie da lehren. Sie haben selbst gar kein Instagram und Co., wissen nicht, wie es funktioniert. Wie sollen sie da den Schülern den richtigen Umgang beibringen? Die Schüler von heute sind die Zukunft von morgen. Sollten sie nicht alle Werkzeuge an die Hand bekommen, um nicht nur ihre, sondern unsere aller Zukunft besser machen zu können? Oder ist dem System das nicht wichtig? Interessant, dass Albert Einstein sagte, Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. Verstehe ich nicht, ich war nicht in der Schule, was, was, das ist nicht Deutsch, weiß ich nicht. Was macht Menschen wirklich glücklich und erfolgreich? Sollte da nicht der Fokus drauf liegen? Die Schule sollte die Basis fürs Leben darstellen, das Fundament des Wissens, was wir brauchen für später. Und doch ist sie es nicht. Kann das so schwer sein? Was macht denn unsere Zukunft besser? Selbstdenkende, selbstverantwortliche, glückliche, liebevolle und erfolgreiche Menschen. Aber dahin ist es noch ein weiter Weg. Oder will uns das System gar nicht dahin führen? Wusstet ihr, dass es mittlerweile... Hatte ich auch eine richtig krasse Unterhalte mit einem Kollegen letztens drüber. Und auch eben nochmal kurz mit meinem Friseur, dass das Schulsystem letztens sogar what the fuck mit meinem Dönermann, Alter. Ich gehe mir immer so Salatdöner holen, Salattasche, Chock, Kuss an Mehmet an der Stelle. Heißt einfach wirklich so. Hatte ich tatsächlich auch eine Unterhaltung mit jemandem drüber. Und haben die ganze Zeit darüber geredet, dass man halt in der Schule wirklich klein gehalten wird. Nicht das lernt, was da die eigenen Stärken sind, seine eigenen Stärken nicht herauskristallisieren kann und gar nicht wirklich gefordert oder gefördert wird vielmehr in seinen eigenen Stärken. Damit man halt wirklich genau in diesem Kastendenken drin ist, später halt in irgendeinen bekackten Job geht, in irgendeine dämliche Ausbildung. Hallo, lese mal bitte den Chat. Ich kann nicht lesen, ich war nicht in der Schule. In irgendeine bekackte Ausbildung geht und dann irgendeinen Job bis an deinem Lebensende herumkrebst, worauf man gar keinen Bock mehr drauf hat. Und ich schwöre es euch, Leute, es ist zum Teil im Schulsystem bewusst so gehalten. Damit Leute, die anders sind, andere Ideen haben, ein bisschen weiterdenken, einfach gar nicht erst die Möglichkeit haben, sich in unserer Gesellschaft zu entfalten. Und ich schwöre es euch, Leute, ich bin großartiger Verfechter, großer Verfechter vom traditionellen Bildungsweg. Auch wenn ich ihn selber gemacht habe, bin ich ganz ehrlich, Leute, brauchen tue ich davon heute gar nichts mehr. Ähm, alles, was ich jetzt kann, alles, was ich jetzt hier bin, Digga, den Scheiß habe ich mir selber beigebracht. What the fuck, Alter. Den habe ich mir im Internet angelesen. Also, tut mir mal leid. Ja, also von daher, ähm, True Shit, meine Freunde, ihr wisst, T-R-U, True Stark, es ist True Dienst, True Stay, True, True Stay, ihr wisst, was ich meine. Belegt es, dass glückliche Menschen im Durchschnitt auch erfolgreicher sind als unglückliche Menschen? Wir lernen in der Schule neben den Inhalten vor allem eins, Anpassung. Schule macht dadurch viele noch sehr junge Menschen da draußen zu einheitsbrei. Ob das gewollt ist oder nicht, eins ist sicher. Kinder sind noch formbarer als Erwachsene. Aber sollten sie daher nicht von in sich ruhenden, zufriedenen Erwachsenen unterrichtet werden, die gerne Lehrer sind und den Kindern Gutes mit auf den Weg geben wollen? Die meisten meiner Lehrer waren nicht so. Wie wichtig es ist, solche Eltern und solche Lehrer zu haben, kann man wissenschaftlich erwiesen nachlesen. Und doch legt die Schule keinen Wert auf diese Art der Wissensvermittlung. Wir wollen keine unzufriedenen, unfairen oder cholerischen Lehrer mehr, die lustlos ihr jahrealtes Programm in der neuen Klasse wieder runterrattern. Denn sie schaden uns mehr, als dass wir von ihnen lernen. Auch so ein Ding, wenn ich als Lehrer natürlich das dritte Schuljahr in Folge, den dritten Brei in der anderen Klasse durchkaue, zu der ich jedes Mal, jedes Schuljahr zu Beginn eine andere, eine neue Beziehung aufbauen muss. Ganz ehrlich, das macht man viermal und dann hat man keinen Bock mehr drauf. Dann hat man einfach keinen Bock mehr drauf. Selbst wenn jede Klasse anders ist, man hat dann keinen Bock mehr drauf, Alter. Und ganz ehrlich, Leute, ein Großteil der Lehrer, wie viele von euch, wie viele von euch kennen das, dass die Lehrer komplett depressiv, cholerisch, überfordert, nicht ausgeschlafen, sozial inkompetent wirken. Das ist, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich schon fast ein Muster. Wisst ihr, was ich meine? Das hatte ich früher schon und ich schwöre es euch, Leute, es hat sich bis heute kein bisschen geändert. Es gibt zu wenig Lehrkräfte, weil der Beruf des Lehrers immer noch viel zu schlecht bezahlt wird in diesem Land, weil Lehrer noch nicht, immer noch nicht rückverbeamtet werden, beziehungsweise verbeamtet werden, den Sozialstatus erhalten, den sie bekommen müssen, denn Lehrer sein ist ein verfickterter Beruf, Mann. Lehrer sein ist geisteskrank hart. Und wenn dann nicht mal die Bezahlung stimmt, das Klima und der Unterrichtstoff, dann habe ich als Lehrer natürlich auch keinen Bock mehr. Und natürlich überträgt das ganz klar auf die Schüler, die dann diesen ganzen Einheitsbrei einfach nur runterwürgen und am Ende ihres Schullebens wieder auskacken und dann eventuell irgendwann die Möglichkeit haben, hoffentlich sich in einem Job oder in einer Uni zu entfalten. Aber bis dahin ist das einfach eine vergeudete Zeit und wir geben den Kindern so viel Müll mit auf den Weg, den die Kinder wirklich nicht brauchen. Das ist einfach so. Und seid mal ehrlich, Leute. Ihr wisst ganz genau, ihr übernehmt doch Sachen viel lieber von jemandem, der euch das mit Passion, mit Leidenschaft und mit einem realitätsnahen Verständnis erklärt. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt bei euch in die Klasse käme und euch erklären würde, wie Social Media funktioniert, weil ich native bin, wisst ihr, was ich meine? Dann ist das etwas ganz anderes, weil ich da mit Passion dabei bin. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt das Ding. Das ist halt das Ding. Keine Ahnung, Alter. Also ich hatte es früher bei mir in der Klasse auch, dass wir zwei, drei Lehrer hatten, wo ich dachte, okay, die riecht nicht umsonst die ganze Zeit in der Suff, weil die halt einfach fucking Alkoholikerin gewesen ist und ich weiß nicht mal, ob die noch lebt. Es ist einfach so, Leute. Es ist einfach so, dass wir in diesem Bildungssystem, was wir mittlerweile halt leider haben, die Schüler, aber auch das Bildungspersonal komplett zugrunde richten. Ja, und da muss auf jeden Fall sich definitiv, definitiv etwas dran ändern. Ganz, ganz klar. Wenn sie das dürfen, sie sind Beamte. Ja, Schüler kommen und gehen, bekommen Konferenzen, Disziplinarverfahren und Schulverweise. Die Arschlöcher in Lehrergestalt aber bleiben. Trotz Regelverstößen und trotz, dass sie ihren Job schlecht machen. Die Erwachsenen dürfen also Fehlverhalten an den Tag legen, die Kinder aber nicht. Kindern könnte man ein solches Verhalten doch noch eher verzeihen, oder nicht? Wenn du dich veränderst, Schulsystem, dann erschaffst du wirklich gebildete junge Menschen, die Spaß am Lernen haben, die Spaß am Leben haben werden, weil sie vorbereitet sind, die respektvoller miteinander umgehen, heute und im Job später. Wenn du dich veränderst, Schulsystem, dann erschaffst du eine bessere Zukunft. Ganz kurz, bevor jetzt hier irgendjemand etwas falsch versteht, was ich gesagt habe. Schule ist bei weitem nicht unnötig, Leute. Schule ist wichtig und eine Grundbildung sollte stattfinden, aber eine Grundbildung sollte so funktionieren, die Spaß macht, Anwendbarkeit in der Zukunft hat und realitätsnah ist. Und das ist unsere Grundbildung, die wir momentan erfahren, einfach zum Großteil leider nicht mehr. Also Schule an sich ist ein sinnvolles und wichtiges Konstrukt, allein um Sozialstrukturen und das Leben in einer Gesellschaft und in einem Team und so weiter und so fort zu lernen. Ganz wichtig, aber ein Großteil, ein Großteil läuft da einfach leider falsch, da hat sie schon recht. Warum tust du es nicht einfach? Wer oder was hält dich davon ab? Liebe Schule, alles was wir wollen ist, dass du nicht nur von uns Dinge erwartest, nicht nur von uns Dinge einforderst und willst, dass wir uns weiterentwickeln, sondern dass du mit gutem Beispiel vorangehst. Jetzt fordern wir, zeig uns, dass wir auch von dir erwarten können, dass du dich weiterentwickelst und dass du uns wirklich lebenswichtiges Wissen mit auf den Weg gibst. Liebe Politiker, ihr tragt die Verantwortung dafür, ob sich etwas verändert oder nicht. Also übernehmt Verantwortung für unsere Zukunft. Das ist das Ding in der Politik ein großes Problem. Ich glaube, viele Politiker und viele etablierte Parteien und viele Regierungen auch haben sich natürlich immer wieder an der Reformation des Bildungssystems versucht, haben sich aber nicht wirklich getraut, das Ding so anzufassen, wie es angefasst werden müsste, nämlich mit einer Grundreform. Und das ist bis dato nicht passiert. Schaut euch Länder wie Schweden, Finnland und so weiter und so fort an. Das ist ganz gern. Denavien hat ein sehr, sehr fortschrittliches, wo extrem viel auf Individualförderung gesetzt wird und so weiter und so fort. Das haben wir in Deutschland leider in staatlichen Schulen zumindest nicht. Und es kann auch nicht sein, dass ich erst als Privatzahler, wenn ich aus einem guten Elternhaus komme, als Kind, die Möglichkeit habe, meine Interessen und meine Können und meine Fähigkeiten so auszubilden, nur weil ich halt auf eine Privatschule gehe. Das kann es ja auch nicht sein. Klar wird immer eine Diskrepanz zwischen einer Privatschule und einer öffentlichen Schule bestehen, das ist komplett logisch, weil da einfach ganz andere finanzielle Kräfte hinterstehen. Aber diese Lücke, die gerade dazwischen steht, Leute, ist ja insane. Also so kann das ja auf jeden Fall nicht funktionieren. Kannst du einfach hier vorne hinlegen. Oder seid ihr gar nicht daran interessiert, weil sich nichts hinterfragende Menschen besser regieren lassen und ihr seid ja unsere Regierung. Well, okay. Don't know about that, ob es jetzt genau darum geht, aber Leute, logisch. Ganz klar, mit CH. Schreibt man so. Schreibt man so, ganz klar. Liebe Schüler, ich kann euch nur raten, geht weiter zur Schule, denn so funktioniert das System. Aber bildet euch selbst weiter. Denn bei Dingen, die euch selbst wirklich wichtig sind, macht es auch Spaß und ihr werdet sehen, wie ihr glücklicher und erfolgreicher werdet. Aus euch selbst heraus. Denn niemand macht das für euch. Nehmt euer Leben selbst in die Hand. Liebe Lehrer, entdeckt wieder die Liebe und Leidenschaft für euren Beruf, denn ihr habt ihn euch ausgewählt. Ja, aber man kann das den Lehrern auch nicht verübeln. Ich meine nochmal, wenn du als Lehrer für einen richtig, richtig harten Job geisteskrank schlecht bezahlt wirst und die ganze Zeit Kinder vor dir hast, die keinen Bock haben und du die ganzen verkackten Unterrichtsstoff Jahr für Jahr gleich runterkauen musst, dann kann ich das komplett nachvollziehen. Da hätte ich als Lehrer auch keinen Bock mehr. Bin ich, bin ich, bin ich vollkommen, habe ich vollkommen das Verständnis dafür, dass Lehrer so sind, wie sie teilweise sind. Das ist Logi. Wahrscheinlich um Gutes zu tun. Beruf kommt von Berufung. Wenn es eure Berufung ist, dann helft euren Schülern sinnvoll auf ihrem Weg. Wenn es nicht eure Berufung ist, dann lasst es bitte. Übrigens, es ist nie zu spät, ein besserer Lehrer zu werden. So vieles, was ich heute weiß, hätte ich so gerne früher gewusst. Ich bin traurig und enttäuscht, dass du es mir nicht gesagt hast, dass du es mir nicht gesagt hast, Aber ich habe die Hoffnung, dass ich das ändern kann. Zeig es uns. Es ist an der Zeit, mehr denn je. Denn durch den technologischen Fortschritt entwickelt sich alles so rasant, schnell. Gut, also der technologische Fortschritt und die Technologisierung an sich, da haben wir jetzt Deutschland eh reingeschissen. In 20 Jahren ist unsere Wirtschaft komplett im Sack. Da müssen wir uns keinerlei Gedanken machen, Leute. Also, dass unser Bildungssystem noch nicht hinterherkommt, ist das geringste Problem in Deutschland. Wir sind auf diese globalisierte Technologisierung überhaupt nicht eingestellt. Joyce überdramatisiert das jetzt gerade ein bisschen hier. Aber die Grundintention, die Grundmessage ist auf jeden Fall richtig und wichtig. Natürlich bist du lange durch, Joyce. Du bist ja auch schon 56 oder sowas. gelernt, nämlich meinen eigenen Weg zu gehen und nicht den, den du gerne von mir gehabt hättest. Ja, ich habe Abi gemacht und studiert, weil das System es so will. Aber jetzt sage ich ciao. An alle da draußen, ich glaube an euch, auch wenn die Schule das vielleicht nicht tut. Wenn euch die Message dieses Videos gefallen hat, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr es teilt. Und übrigens, Chris und ich haben für alle, die es noch nicht wissen, ein Buch geschrieben. Das heißt, hätte ich das mal früher gewusst. Oh, nice. Da stehen Dinge drin, die man in der Schule nicht lernt, aber wirklich im Leben braucht. Zum Beispiel verfickte Steuersystem oder solche Geschichten wie, keine Ahnung, wenn ich jemanden anzeigen will, wie mache ich das überhaupt? Keine Ahnung, den ganzen Scheiß, dass man sich in der Stadt ummelden muss, sonst kriegt man nämlich auch Ärger. Einrichtung der ersten Wohnung. So ein Scheiß, Alter. So ein Scheiß bräuchts unbedingt mal. Wirklich, Junge. What the fuck? Und deswegen haben wir euch einen Link zum Vorbestellen in die Infobox. Wer Steuern zahlt, ist dumm, bin ich deiner Meinung. Grüße geht raus an Simon Unger an der Stelle, der nämlich, Herr Vandera, keine Steuern in Deutschland zahlt. Ansonsten gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt euer Feedback in die Kommentare. Danke an dieser Stelle an die Rheinische Fachhochschule, eine private Hochschule hier in Köln, dass wir hier drehen durften und damit sage ich Ciao. Darkest Ding, auf jeden Fall mal reingranken, Link ist in der Videobeschreibung.